Hallo zusammen, mit dem ID-Reset zum 29.06. gibt es wieder einige Klassenanpassungen, hauptsächlich im PvP-Bereich, aber auch einiges im PvE-Bereich. Wir starten mit zwei Tanks, und zwar einmal dem Tankendruiden, denn dort macht Zerfleischen sowie die automatischen Angriffe 10% mehr Schaden. Und beim Tankdämonenjäger, dort machen alle Fähigkeiten, die Schaden verursachen und Heilung verursachen, sind 3% effektiver und Fraktur sowie Abscheren 20% erhöhten Schaden und auch die automatischen Angriffe wie beim Wächterdruiden 10% mehr Schaden. Hinweis hier von den Entwicklern ist, dass der Single-Target vom Tankdruiden sowie Tankdämonenjäger im Vergleich zu den anderen wohl nicht passt, und daher wird das angehoben. Und eine DD-Spezialisierung, nämlich der Gebrechen-Sexenmeister, bekommt auch noch einen Buff, und zwar sämtliche Fähigkeiten verursachen nun 5% mehr Schaden. Die Änderung, die sie vornehmen wollten für den Zerstörungshexenmeister, haben sie jetzt doch nicht gemacht. Da passiert jetzt also nichts, was vorher vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde. Findet jetzt wie gesagt nicht statt. Und der Rest ist für den PvP-Bereich ein paar kleine und größere Änderungen. Beim Hunter ist es ein Leggy, was angepasst wird, welches hier die Abklingzeit von Totstellen eigentlich um 15 Sekunden verringert. Im PvP-Bereich ist es nur um 5 Sekunden verringert. Dann beim Mage and Conduit, welches Blinzeln die Abklingzeit verringert, das ist im PvP-Bereich nur 50% effektiver, also die Abklingzeit wird nur um die Hälfte der Zeit dann reduziert. Und auch ein PvP-Talent, welches hier die Chance, Kritikstreffer zu erleiden, verringert, wird auch etwas genervt, vorher 15%, jetzt 10%. Denn der Mönch, der Nebelwirker, also der Heiler, bekommt ein paar Buffs für zwei Skills. Und zwar einmal für den Erneuernden Nebel. Dieser heilt jetzt im PvP-Bereich 25% mehr, waren vorher 10%. Und der Einhühne-Nebel, der entsprechend heilt 10% mehr. Also die beiden Nebel sozusagen bekommen einen kleinen Buff. Und noch ein PvP-Talent, welches die Abklingzeit vom Kokon reduziert, wird auch verbessert. Vorher waren es 30 Sekunden Reduktion, jetzt sind es 45 Sekunden Reduktion der Fähigkeit. Dann haben wir noch den Vergeltungspaladin, hier an zwei Sachen angepasst. Einmal ein Conduit, welches Urteil des Templers verbessert vom Schaden her. Im PvP-Bereich wird der zusätzliche Schaden hier auf 15% nur reduziert, vorher waren es 30%. Und das Schild, der Schaden, der dadurch verursacht wird, ist um 40% reduziert im PvP-Bereich. Aber der Schaden, der absorbiert wird, der bleibt unverändert. Das ist also wie gesagt nur der Schaden, der dann verursacht wird durch das Schild. Dann haben wir hier noch den Priester, hier gibt es nochmal, also den Heiligpriester muss man sagen. Ein paar Änderungen, die Mana-Regeneration wird noch weiter reduziert im PvP-Bereich, um 5% mehr. Also 65% waren vorher 60%. Und dann das Segenswort hier Züchtigung und auch ein dazugehöriges Talent. Dort wird die Zeit von 4 Sekunden auf 3 Sekunden reduziert. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Gegner damit stunnt, sind die nicht mehr für 4 Sekunden gestunnt, sondern für 3 Sekunden. Und hinzu kommt dann noch das Talent Hoffnungsstrahl, hier Ray of Hope. Dort wird der Cooldown auf 90 Sekunden erhöht, waren vorher 60 Sekunden, ist ja nur ein PvP-Talent. Der Schadenpriester, der bekommt für 2 Fähigkeiten einen kleinen Damage-Buff. Schadenwort Schmerz wird um 15% erhöht und Vampirberührung um 10%. Aber wie gesagt nur im PvP-Bereich. Und dann haben wir noch den Gesetzlosigkeit-Schurken, hier ein kleiner Nerf für das PvP-Talent. Das heißt wirklich, schweben wie ein Schmetterling. Float like a butterfly. Denn das führt dazu, dass der Ruder so klingt, hier die Abklingzeit von Entrinnen und Finte verringert. War vorher 1 Sekunde, jetzt nur 0,5 Sekunde pro Komopunkt. Also wie gesagt, kleiner Nerf, dass die Abklingzeit nicht mehr so stark reduziert wird, der beiden Fähigkeiten. Und dann gibt es aber beim Hexenmeister noch ein paar Anpassungen. Dunkler Pakt gibt jetzt wieder ein Schild, basierend von 300% des Lebens. Vorher waren es 250%. Dann haben wir noch Sands entziehen. Das wird insoweit angepasst. Das konnte vorher 5 Stapel haben. Jetzt sind es nur noch 4 Stapel. Dafür wird pro Stapel der Schaden verringert um 9% der armen Hexenmeister verursacht wird. Das waren vorher 5%. Also ja, eigentlich positiver zu sehen aus meiner Sicht. Und dann wird noch ein PvP-Talent angepasst, das dazu führt, dass wenn das Gate, also das Gate, das Tor gestellt wird, durch das man gehen kann, dass hier die Zeit, bis man es wieder benutzen kann, reduziert wird. Das waren vorher 15 Sekunden, jetzt 30 Sekunden. Also auch etwas erhöht, etwas verbessert. Und der Gebrechen-Hexenmeister bekommt auch im PvP-Bereich noch eine kleine Verbesserung, nämlich Seele entziehen. Hatte vorher ein Schild gegeben in Höhe von 8% des verursachten Schadens. Wird jetzt auf 12% erhöht. Und der letzte im Bunde ist der Krieger mit einer kleinen Anpassung. Einmal für die Necrolords. Denn das, was man hier an Meisterschaft bekommt, wenn das Banner gezogen wird, wird hier durch 33% reduziert jetzt im PvP-Bereich. Und für die Furries gibt es ein Talent, wenn wir Tollkönheit aktivieren, dass dann unser Wüthnerschlag verbessert wird, mehr Schaden macht. Und das wird jetzt aber um 20% reduziert im PvP-Bereich. Und das waren die Änderungen. Mehr Infos gibt es hier nicht. Also alles wirklich nur rein Klassenanpassungen, hauptsächlich PvP wie gesagt, aber auch im PvE-Bereich. Also die Tanks unter euch, die Droiden oder Dämoniäger spielen, beziehungsweise die DDS, die Gebrechen-Hexenmeisterspiele, meine ich, die können sich über ein paar Buffs freuen. Und PvP, je nachdem natürlich, was ihr spielt, kann es sich positiv oder negativ für euch auswirken. Ja, das war's mit den Infos. Ich danke euch immer fürs Einschalten und sage, bis zum nächsten Mal.